Hallo, mein Name ist Martin Wuttke, Creative Director von Model Rock. Die Trend-Fashion-Plattform des DSI. Liebe Product Manager, Designer, CEOs und Modelleure, eines möchte ich Ihnen ans Herz legen. Die neue Saison Herbst-Winter 2021 startet sehr, sehr bald. Seien Sie offen für die Trends im Schuh- und Taschenbereich Winter 2021. Gerade in diesen Zeiten ist Trend-Info das A und O. Nutzen Sie die Chance. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Info, die Motor Rock Ihnen hier anbieten kann. Be a realist and plan a miracle. Also realistisch sein und trotzdem einen Traum haben und auch umsetzen. Welche Farben sind neu und wichtig? Bleibt es bei Schuhen und Taschen casual? Gibt es wirklich nur Retro oder wird alles minimal? Wie sieht es aus bei Sneakern? Wie sind die neuen Upper Farben? All dies und mehr. Welche Formen, Shapes, Farben, Materialien im Schuh- und Taschenbereich für Winter 2021, 2022 wichtig werden? Finden Sie Infos bei dem Motor Rock Fashion Forecast Herbst-Winter 2021 auf der Website Motor Rock.com. Be open, be ready and start a new season. Danke und ich freue euch bald alle wieder physikalisch zu sehen. Euer Martin Wuttke